Ich bin 94 Jahre alt und hatte ein erfülltes Leben. Und ein Umzug in diesem Alter fällt schwer. Aber alle Beteiligten haben es mir leicht gemacht. Meine Tochter, Schwiegersohn. Die Ankunft hier im Heim wurde mir erleichtert durch das liebevolle Betreutsein aller Pflegenden. Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 248 564. Und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 5139 897. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihre Unterstützung des guten Zwecks. Und jetzt wünsche ich Ihnen frohe Fix. 50.,صل an. zwecks auch eine zum centerым ie Tipos 중 416.000 Euro